Too Many Items lässt sich einfach und schnell für die Minecraft Version 1.8 in weniger als 30 Sekunden installieren. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Tutorial von Reminders 0.7. Zuallererst klickt ihr auf den Link in der Videobeschreibung, scrollt herunter bis downloadier.exe, wartet auf Adfly die 5 Sekunden Werbung ab und speichert euch das Programm, führt es anschließend aus und klickt auf Install und auf Nein. Dann habt ihr euch die Modifikation installiert, braucht nur noch euren Minecraft Lounge eröffnen, auf Play drücken und dann habt ihr Too Many Items. Rechts verlinkt gibt es jetzt noch ein ausführliches Tutorial zu der Website und den Installern, die es dort gibt. Und Links daneben in dem Abo-Knopf. Tschüss und bis dahin. Und Links daneben in dem Abo-Knopf. Tschüss und bis dahin.